Kein Scherz, seit dem 1. April 2022 ist die Schweiz wieder im Zustand von normaler Lage. Das tönt dann in der Tagesschau so... 30. März 2022 Guten Abend, hier ist die Tagesschau und das sind die Themen heute Mittwoch am Tag, an dem der Bundesrat die Schweizer Bevölkerung komplett in die Eigenverantwortung entlässt. Nicht schlecht, die Eigenverantwortung. Also der Bundesrat entlässt die Bevölkerung in die Eigenverantwortlichkeit. Also das nennt man Paternalismus. Explizit, gell? Ich habe also hier das kleine Plättchen zusammengestellt im Format, im Design des Abstimmungsbüchleins. Heute ist in der Schweiz Abstimmung.